Musik Ich war auch mal in einem Feuerbefecht. Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugels kamen. Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier, habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet. Eines Tages gab es einen großen Torangriff und einiges gefangenen Versuch zu fliehen. Viel Krawallen, viele Tote. Wann schau dich in die Mitte? Und wen sehe ich da? Wer hinten? Die verdammten Terror-Millie ist nicht wahr. Natürlich kann ich hinterlassen, aber es war auch ein Armein, aber es war auch ein Wahres. Ich schwöre bei Gott. Es ist ein Terror-Millie ist nicht wahr. Man muss sich auf die Arbeit bezogen, um das Armein des Sieges auszutauschen. Na klar. Was würdest du dafür geben? Noch so eine Chance zu erhalten. Ich sehe nicht. Alles nur mit dir, das Armein normalisieren zu machen. Und dies nur in der Richtung. Was ist so? Das ist ein ganzes Ausdruck. Das war's. Das war's für heute. 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 Ich habe es geschafft. Ich kann auf die Oberfläche kommen. Transportkapsel bereit zum einsteigen. Wir bitten Zugangstab einheben. Achtung oder Pflichtungsmuster. Licht, 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 Licht. Licht, Licht, Licht. Lenden in G-2, 2, 1. Lenden in G-3, 2, 1. Lenden in G-3. Lenden in G-3. Lenden in G-3. Jetzt müssen wir auf die Installation finden, finden den Ovar-Comando, robben die Kódigo-Sorin der General Engel. Schupen. Malmucion, estoy jarriendo. Das war's. 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 Politik, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, der Wind ist wieder. Maldición, estoy ardiendo. 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 Was ist das? Das war's. 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 Das war's.